Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3 Wir befinden uns in Etage B2 Und ja, beim letzten Mal haben wir ja den Tod befreit Beziehungsweise den nächsten Tod Ist er nicht unser erster? Und nun geht es weiter in Etage B2 Und dann geht es weiter in Etage B2 Ey, 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 war das fies Kommt ein Luigi rein, dann zum Schlüssel Aha Ah, Moment Da ist doch Kannst du es nicht einsaugen? Doch Ach, dachte ich mir Okay Das müsste der Schlüssel jetzt sein, oder? Jawohl Ja, perfekt Dann haben wir schon mal das Ja, passt Ja, passt wny Ja, passt O thin D Corin Wenn die Ah, passt hin Ja, passt Was ist das? kaputt und der nächste schützchen Na, shit, wie kriege ich den jetzt? Hm, ich hätte die mit den anderen töten sollen, hm? Das ist netta. Ich bin jetzt nicht erinnert. Ich bin jetzt hier. Geh, ich bin jetzt hier. Ja, oder? Boing, 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 und nochmal. Oh yeah. Ja, sehr geil. Oh, was kann ich da machen? Oh. Wahrscheinlich die richtige Temperatur. Jetzt geh ich erstmal hier rein. Ah, ja. Das, was ich heute kann. Das, was ich. So. Oh. Oh. Oh, ja, ja, ja! Ja, sehr schön. Und weiter geht's. Jetzt können wir hier auch noch reingehen. Das soll mir quasi, glaube ich, nur einen Hinweis geben, dass ich da den Schraubendreher herbekomme. Aha. Ich verstehe. War ein bisschen versteckt. Ah, ist wieder ein anderer Eingang. Okay, wir müssen einfach mal das Wasserklop wieder abdrehen. Jawohl. Ja, klappt ja wie am Schnürchen. Kann ich auch noch Money? Geh mal her mit. Ja, sehr schön. So. Jetzt drehen wir uns wieder andersrum. Genau, jetzt kommt der Flu Luigi durch. Jawohl. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Ich bin so. Ich bin so. Ja. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Na komm, nimm es. Sehr schön. Okay, gehen wir mal da rüber. Ah ne, ich muss noch eins weiter. Ich glaube, ich setze hier mal den Fluchwäsche hin. Denn jetzt kann ich da rüber. Jawoll. So, mal gleich nochmal. So. Ja, perfekt. So, jetzt links oder rechts. Gehen wir erstmal hier hin. Ah, okay. Okay, da habe ich eh noch eine Trüe. Da habe ich eh noch eine Trüe. So. 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 So viel Money. Okay. Ist das cool? Was ist gar nicht da mit dem... Moment, ich habe jetzt hier noch einen. Okay, da war gar nichts. Ah, halt, nein, 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 nein. Jetzt. So. Was wollen wir nun ohne Luigi tun? Jetzt müssen wir erstmal da lang schauen. Ah, ja. Yay! Und ab geht die Post. Oh mein Gott. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Okay. Dann setze ich hier jetzt mal von Luigi ab. Jawoll. Alle. Okay, Moment. Ich komme hier raus. Warum habe ich das denn aufgenommen? Ah I understand Oh Coming near I 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jetzt hat leider schon eine Bombe gewesen. Ich bin drangestoßen. Ich bin drangestoßen. So. Komm ich hier durch? Da. Mal wieder da lang. Oh, wow. Oh, komm schon. Voll fies war das. Die Frage ist, wie werde ich die Haie jetzt los? Oh, nein. Ich glaube, die Haie kann ich gar nicht loswerden, kann nur vorbeigehen. Okay. 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 Moment, ich will mich gut positionieren. Will das die hier hingehen? Okay. Hä? Warum dürfen die unter die Reifen? Voll fies. Das ist mega fies. Okay. 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 schon bis hierhin ist doch alles gut gegangen jetzt okay Okay, hat doch geklappt. Ich habe zwar jetzt nicht verstanden, warum die Haie da durchgekommen sind gerade eben, aber... Okay. Ah. Huh? 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 Uh oh. Oh yeah. Huh? 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 Yes! Sehr, sehr geil. Okay, ich würde sagen, den Schalter beticken wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Alles Wunsch. Ciao. Bis zum nächsten Mal.